Hallo zusammen, mein Name ist Assani Lukimia. Ich bin Spieler vom KFC Oedingen. Mittlerweile meine dritte Saison und ich freue mich riesig über die Nominierung zum Sportler des Jahres. Kommt auch so ein bisschen überraschend, weil es war schon für uns eine sehr schwere Saison gewesen. Aber ich glaube, es kommt auch so zustande, weil die Leute drumherum wissen, wie schwer das für uns ist und dass wir als Mannschaft einfach alles dafür gegeben haben. Und für mich persönlich ist diese Nominierung auch eine Nominierung für die Mannschaft, weil wirklich keine einfache Saison, sehr, sehr viele Sachen drumherum, die halt nicht wirklich dazu beigetragen haben, dass sie nicht unser volles Potenzial zeigen könnten. Und ja, vielen Dank für die Nominierung.